Hallo, lieber Dietmar. Die Spatzen vom Dach pfeifen da drunter. Du hast heute Geburtstag. Ja, wo? Tja, und die Mandy, ne? Und die Püppi und der Kümmel. Woher kennst du den Kümmel eigentlich? Nein, es ist natürlich der Krümel. Genau, die haben dich natürlich richtig doll lieb. Aber der 80-Euro-Waldi auch. Und daher von uns allen alles, alles Liebe zum Geburtstag. Alter Schwede. Feier schön, hau rein und der 80-Euro-Waldi grüßt dich ganz, ganz doll hier oben aus der tiefsten Eifel. Und bleibt mir ja treu, ne? Hier bei dem ganzen Fernsehzeugster. Hau rein, alter Schwede und lass es dir richtig gut gehen. Und nochmal alles Liebe von Mandy, Pippi und der Krümel. Hau rein, ciao, ciao.